Hallihallo und herzlich willkommen bei Resident Evil, ähm Grimdown, aber es erinnert schon extrem daran. Mit Milo Jokovic gehen wir wieder auf die Jagd, nein Natalia. Okay, das letzte Mal haben wir Sachen verkauft, vielleicht haben wir jetzt etwas Neues. 132, ja das ist wie das letzte Mal sehr teuer. Okay, nun gut, dann gehen wir weiter. Wir haben nämlich hier den Waypoint, gehen wir nach oben und erkunden noch dieses Gebiet, wo wir letztes Mal nicht gemacht haben und zwar ist das da unten. Ähm... Okay, die sind recht sehr gerade. Uh, da kommt eine Invasion, uh. Da hat man Angst vor der Zombie Invasion. So, den da noch. Gut, schauen wir unten uns um. Mit Rittenanschlägen. Hier haben wir sogar ein Elend. Oh, so elendig mit dir. Und die Küchenschappen, die können auch weg. So. Oh, noch mehr. Eigentlich wollte ich ja jetzt auf Weltrand spielen, aber es wird jetzt ein bisschen schwer, weil wir nicht so skillen momentan. Eher auf Ding machen, auf die Attribute. Aber sobald ich dann, ähm, Ding Schuss habe, ähm, ja Explosionsschuss habe, dann geht's besser. Dann können wir auch auf Headrand spielen. Da muss ich mal kurz schauen. Ja, Explosivschlag. Nächster oder drüben nächster Level? Ja, ich denke nächster Level. So, hier ist ne Kiste. Sonst nix. Hm, hier ist gar nicht so viel. Und da drüben. Mal schauen. Ja, auch nix. Okay, dann gehen wir nach oben. Ist nirgendwo Kampfgeräusch, aber das ist wahrscheinlich unten. Hm, hier ist versperrt. Hier geht den Weg nach oben. Dann folgen wir mal der Straße. So. Ja, was haben wir hier? Hier müsste eine Höhle sein, okay. Ach, ihr haltet so viel aus. Ja, so wenig. Eine schlechte Waffe. Oh, was ist das? Wir treffen mit den Blitzen an Erdekrystal. Ja, toll. Gut. Ah, der hat was gedrobt, aber das ist leider kein... Legendary oder so. Nehmen wir das mal auf. Einen Erdekrystal. Okay. Okay. F-Crystal. Okay, wir nehmen uns mal mit. Vielleicht brauchen wir es später. So. Zombiesmetzeln. So, wie ich gesehen habe in einem Gameplay-Video über diesen Charakterbild wird das richtig abgehen. Wie später momentan ist es natürlich noch ein bisschen normal. Nicht gerade sehr spektakulär. Ja, wir haben einen Schuss, also einen explosiven Schuss getan. Soll ich jetzt etwas anderes nehmen? Nein, ich bleibe bei Raffinesse. Gut. Dann schauen wir mal an, wie sich das an den... Okay, explodiert irgendwie gar nicht. Hm, hab ich jetzt etwas falsch gemacht. Ah ja, es macht reichwertenden Angriff. Gut. Und die Gegner brennen auch. Aber man sieht es nicht, dass es explodiert noch nicht. Oder... Ich weiss nicht, wie es explodiert. Okay, hier ist ein... Eine Crypto. Oh. Ja, jetzt ist es schon viel effizienter. Gut. Ist nochmal so ein Kristall. Genau, stirbt du auch. Blätter Zombie. Und hier ist die Höhle. Oh. Komm. Zombies einfach so aus dem Boden. Gut. Geschafft. Gut. Dann schauen wir mal hier drinnen. Ähm. Die Quelle der Toten. Okay. Die kann man nicht abschießen. Der ist unten. Ja. So. Ein Trank mitnehmen. Und hier mal schauen. Ah, da kommt irgendwas. Oh. Was ist denn da? Zeig dich mal. Hm. Aufpassen. Wie viel kommen hier noch? Da unten. Oh. Was ist denn das für eine Flucht der Kreatur? So. Mal ein bisschen taktisch vorgehen. Der beschwert immer wieder Kreaturen. Ja, wieso? Oh. So. Ausweichen. Ja, genau mal in die Menge schießen. So. Dann ihn wieder angreifen. Und dann haben wir das Ball geschafft. Komm. Gut. Schrott haben wir gefunden. Wow. Dropst du gut. Ah. Grossartige Beute. Wow. Okay. Das hat sich Merkel und Magnetsteinsmaragd. Lederhemm. Ähm. Die Handschuhe sind natürlich besser. Raffinesse. Cool. Hier hätten wir einen. Eine Schrottgrossachst. Einen Gladius. Den kann ich ja nicht. Ne. Anstelle des Schildes. So. Also. Was gibt es hier noch in der Höhle? Mal schauen. Einen faulenden Soldat. Okay. Ja. Der ist schon ein bisschen faulig. Man sieht leider nicht so viel hier. Hier oben hat es doch noch einen Kristall. Ja genau. Und den. Und Hosen. Oh. Es kommen viele. Ah. Ups. Was hätten sie mich ja... Hm. Da ist er. Schrottklinge. Okay. Okay. Jetzt haben wir unten noch irgendwas. Dann schauen wir nach unten. Ja. Wir gehen unten durch. Ist auch ein Kristall. Gut. Und. Töten wir den Kristall. Also. Zerstören ihn. Ähm. Oh der. Das sind so wie die Berserker. Aus. Sag schon. Welchem Spiel waren die Berserker. Gab es Sacred 1 war ein solches Ding. Nein nein nein. Nicht Sacred. Ähm. Titan Quest glaube ich. Ah ja. Und in Diablo 2 waren es ja da die Dinge. Die. 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 Explosiven. Genau. So. Oh. Ganz viele. Blood Guys. Äh. Rift Guys. Okay. So. Machen wir mal Level Up. So. Jetzt haben wir 2,3 Meter Radius. Das ist gut. Hier hätten wir Leben und Energie. Das brauchen wir nicht. Wie den Raffineser. Oh. Jetzt machen wir Schaden. Jetzt. Das ist gut. Uh. Tränke. 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 So. Und hier kommen wir wieder. Kann man die nicht kaputt machen? Nö. Keine Grabstelle. Ah. Jetzt sind wir hier wieder. Gut. Schauen wir mal. Gehen wir zu ihm reden mit ihm. Mit dem Käpt'n schon. Bobo. Die Angriffe der Toten haben nachgelassen und ihre Anzahl schwindet. Ich nehme das als Zeichen dafür, dass du dich um den Ursprung gekümmert hast. Ich habe die Wiedererwecke getötet. Eine Kreatur hat das getan. Beunruhigend. Dank deinen Bemühungen sollten wir hier noch ein bisschen länger durchfahren. Ich habe mit der Torwache gesprochen. Sprich mit ihr und sie wird dich einlassen. Nimm dir die wohlverdiente Zeit um dich auszurühren und zu erholen. Willkommen in Devil's Crossing. Vielen Dank. Ich brauche jetzt Zeit um unsere Strategie zu planen. In der Zwischenzeit kannst du den anderen in Devil's Crossing helfen. Nimm dir einen Moment Zeit und misch dich unter den anderen Überlebenden. Kasparov, unser ansässiger Wissenschaftler, kann es kaum erwarten mit dir zu sprechen. Er redet ein wenig wie es zeig, aber ich glaube er will mit dir über deine Verbindung zu den Ätherischen sprechen. Banarabas, unser Handwerker, sagte er brachte eine Hilfe mit der Wasserpumpe. Okay. Ja, ich werde mit ihm sprechen. So. Ich habe gehört, du hast den Lower Crossing etwas aufgeräumt. Wenn du diese Bastarde weiterhin bekämpfen willst, brauchst du eine bessere Ausrüstung als diese da. Hier ist etwas, was du in dieser Welt vermutlich nie wieder sehen wirst, Fremder. Gratis. Nimm dir ein paar Eisenmünzen, ich brauche sie nicht mehr. Um helft ihr mir. Weisst du, sie haben meine Annabelle getötet, als das Dorf das erste Mal überrannt wurde. Es gibt nichts, was sie zurückbringen wird. Und wer es versucht, bekommt eine Kugel in den Schädel. Ich habe nichts mehr außer Rache, also zahle ich denjenigen gutes Eisen, die bereit sind, diese Abscheidigkeit ernährt zu strecken. Du schlachtest ein paar Tote ab. So viel, dass es sich lohnt, davon zu erzählen, wie die Soldaten, ich gebe dir etwas mehr als mein Vorrat. Ich werde sie erledigen. Gut. Etwas umsonst. 250 Eisen. Sehr schön. Und hier verkaufen wir mal. Heute geht es mir gerade nicht so gut. Ich hoffe, es wird ihr besser. Ich muss heute viel aufnehmen. Aber. Ja. So ist es nun mal manchmal. Vor allem mit dem Wetter umschwingen die ganze Zeit. Wir haben Hochwasser hier in der Schweiz. Also hier gerade bei mir ist nichts Hochwasser. Aber in der Innerschweiz. Und ihr in Deutschland habt ja Bahnstreik. Und in Österreich ist eine Lok in eine andere Lok reingefahren. Überall hat es irgendwelche Probleme momentan. Ah, der Kapitän sagt, du darfst durchgehen. Mach bloß keinen Ärger. Ja, werden wir. Wir werden schon keinen Ärger machen. Okay, hier ist eine Dame. Sibyl Hart. Entschuldige, dass ich dich belästige. Aber bist du auf dem Weg noch weit mehr? Kannst du dich dort nach meinem Brut umsehen? Wie heißt er? Sein Name ist Milton. Milton Hart. Er war Soldat in der kaiserlichen Armee. Als wir von Burwitsch flohen, bot er sich an, unsere Flucht zu entdecken. Er hatte schon immer eine Vorliebe verhindert. Aber das war vor Wochen und wir haben nichts von ihm gehört. Ich wage gar nicht daran zu denken, dass es sich in einem der Toten verhundert haben könnte. Er trug immer ein Amulett, das ich mir vor Jahren gab, das ihn schützen sollte. Jetzt befürchte ich, dass er ihn am Unleben hält. Ich wünsche mir nichts mehr, als mein Bruder in Frieden ruhen können. Würdest du das für mich tun? Wir sahen uns zuerst am Sotten Hollow in White Mare und ich habe Angst, dass er immer noch da draussen ist. Ich werde tun, was getan werden muss. So, hier geht's nach oben. Grob geschnitzte Notiz, okay. Was schlechtes Gefängnis. Ein grosser Mann in schwarzer Rüstung. Auf der falschen Seite, da geht der Sterbe. Okay. Ist jetzt nicht so spannend, aber lustig. Also lustig. Gut geschrieben. Humorvoll geschrieben. So. Was haben wir denn hier? Geistesführer. Ah, das ist der Zurückskiller, denke ich mal. Okay. Dafür brauchen wir scheinbar... Ja. Dafür brauchen wir auch Schrott. Okay, die reden nur. Und hier ist unser Lager. Gut, dann werden wir hier mal die Sachen reintun. Die können wir nicht. Schrott auch nicht. Dann auch das. So, wir haben hier einen ramponierten Panzer bekommen. Durch das hinzufügen von den drei Komponenten. Und der scheint ja richtig gut zu sein, aber eher für Nahkämpfer. Wir werden das mal hinzufügen, wenn wir eine bessere Waffe haben. Dann kaufen wir uns lieber eine Waffe. Eine bessere. Und fügen den hinzu. Oder ist das für Rüstungen? Ah, Schilde. Ja, dann brauchen wir es nicht. Gut. Tun wir das hier hinein. So. So, und jetzt müssen wir hier runter gehen. Da gibt es auch noch einen Stern. Der Kapitän hat dich geschickt. Du musst gute Arbeit mit den Toten geleistet haben, wenn er dich extra zu mir, den alten Barnabas schickt. Kommen wir zum Wesentlichen. Ja. Unsere Wasserpumpen sind wieder einmal kaputt gegangen und uns geht das Trinkwasser aus. Uns fehlen die notwendigen Teile, um sie zu reparieren. Könntest ihr ein paar unserer Waffen einschmerzen, aber das würde mir nicht einmal im Traum einfallen. Ich brauche Schrott von Lower Crossing. Wo kann ich ihn finden? Suche nach verfallenen Häusern und den alten Deponie auf der Rückseite von Lower Crossing. Vorbei an Burrill Hill. Zerschlage ein bisschen Gerümpel und durchsuche die Körper von denen da draußen umherwandeln. Woher du ihn bekommst, interessiert mich nicht. Hauptsache, du bekommst ihn bald. Das Trinkwasser geht uns aus und warten ist nicht zu denken. Okay. Wir haben Schrott. Okay, wir haben zu wenig Schrott. Und hier ist die Brücke kaputt. Also, haben wir hier oben noch was. Willkommen in der Werkstatt. Ich habe gesehen, dass du die Toten in Lower Crossing bekämpft hast. Und ich muss sagen, du warst absolut brillant. Dich von diesem Trick abzuschneiden war offenbar die beste Entscheidung, die der Kapitän damals getroffen hat. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Kasparov Wissenschaftler und Erfinder. Was würde ich in meiner bescheidenen Laden? Der Kapitän sagte, er wollte mich sprechen. Riftgates, ja, die Ätherischen nutzen sie um herumzureisen. Ich habe gerade an der Methode gearbeitet sie zu schliessen, aber dann bist du durch uns gestolpert. Wir haben nie zuvor einen Menschen, einen besseren, besessenen oder sonst jemanden gesehen, der eh einen Riftgate passiert hat. Zumindest keine Lebenden. Das war der Moment, in dem ich begriff, das wir in diesem Portal ebenfalls benutzen können. Etwas an dir ist mit dem Riftgate abgestimmt und ich habe vor, dies nachzubauen. Wartet ich, was? Du erinnerst dich an nichts oder ich habe mir ein paar Freiheiten erlaubt, während du bewusstlos warst. Es waren nur ein paar Tests, eine Blutprobe oder zwei nichts grösseres. Die Ergebnisse waren seltsam. Es scheint, dass sich in deinen Körper kleine Mengen Ätherenergie wimmeln. Sei unbesorgt, ihr werdet keine neuen Gliedmassen wachsen. Wahrscheinlich komme ich vom Thema ab. Ich denke, mit einem genau angestellten Impuls von Ätherenergie können wir dieses Phänomen auf kontrollierte Weise replizieren und diesen Zustand auch ohne lästige Besessenheit erreichen. Ich arbeite derzeit an diesem Gerät, um es zu tun, aber es bewältigt Energie. Und dafür brauche ich die Äther-Kristallfragmente. Okay, die haben wir. Wo kann ich sie finden? Äther-Kristall wie dieser hier? Ausgezeichnet! Dieses Fragment wird mir das ganze perfekt machen. Ich werde sie nur hier in meiner Maschine einsetzen und... Oh Gott! Das stimmt was nicht. Ganz und gar nicht. Dieser Impuls, das sollte nicht passieren. Oh je, eins, zwei, drei. Ja, meine Finger sind noch da. Hat es dich auch erwischt? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich stärker. Ah, sehr gut. Ich bin sicher, ein bisschen mehr Äther in deinem Körper wird dir nicht schaden. Okay, vielleicht war es auch viel mehr, aber du siehst gut aus besser als je zuvor. Wie kann ich jammerschaden um diesen Prototyp? Es sah so vielversprechend aus. Wenn ich vielleicht noch mehr Fragment hätte. Äh, ich denke wir sind hier fertig. Genau. Ah, wir waren so mit der Arbeit mit diesem Livecats beschäftigt, dass ich mein Lehrling direkt komplett vergessen habe. Ich habe sie in die Burwich Estates geschickt, um Teile für unsere Forschung zu holen. Und sie ist schon viel zu lange weg. Anscheinend reicht ihre Unfähigkeit auch über ihren Arbeitsplatz hinaus. Ihr habt euren Lehrling verloren? Ich muss sagen, ich fühle mich schon ein wenig verantwortlich für sie jetzt, da sie mein Lehrling ist. Könntest du bitte da draussen diese hoffnungslose Mädchen finden? Ja, ich werde die Augen offen halten. So. Dann gehen wir zurück. Und schauen hier nochmal ein bisschen um. Da oben muss ich durch. Hallo, da. Gut. Ähm. Oben gibt es glaube ich auch noch einen Durchgang. Ja. Aber der führt hier zusammen. Au. Mehlhalde. Knochenrücken. Äh, was? Knochenrücken. Knie. Und hier ist schon das erste Schrott. So. Dann gehen wir mal nach oben. Entwurzelt der Baumstumpf. Mit den Novizen Tuniken. Oh, wir sind schon langsam stark. Eine Truhe ist hier. Ja, Trank der Wiederherstellung. Brauchen wir nicht. Hier sind auch irgendwo Kampfgeräusche. Aufgeräusche. Aber wo? Ah, Sekret. Okay. Ja. Utagenes Sekret. Hm. Oh, wie viel kommt hier raus? Hä? 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 So. Ah, hier wird es schon ein bisschen actionreicher. Gut, das ist gut. Schrott haben wir hier. Jetzt gehen wir weiter. Der Verbrennungsschaden ist ja nicht so stark. Ja, okay. Es geht so lange, bis wir dann das nächste haben. Gut. Ja, die resten wir aus. Irgendwas beißt mich gerade im Ohr, sorry. So, ja, mein Vater war es kurz. Ah, wir machen jetzt weiter. Igitt, stinkt ihr. Hier. So, jetzt muss ich kurz schauen. Ja, hier waren wir noch nicht. Da ist eine Schrottflinte. Weniger Schaden. Okay, weniger Maximumschaden. Die kämpfen wieder. Ah, Zombies gegen diese Krä... Ah, die sind verfeindet, deshalb. Oh Gott. Stinkt da. Stink... Stinke, ähm... Maden. So, hier noch mehr Stinke, Maden. So, lass mich mal durch. Gut. So. Ja, hier haben wir alles gemacht. Ähm... Dann gehen wir mal noch mal zurück, bevor der Part zu Ende ist. Ähm... Kaufen wir eine bessere Waffe. Plus 6 Geist, das brauchen wir nicht. Ähm... Zweihand wäre das gut. Nicht genug Eisen. Angriffsgeschwindigkeit. Hm. Ist aber nicht viel stärker und ist sehr langsam. Angriffsgeschwindigkeit. Ja, wir nehmen eine Angriffsgeschwindigkeit. So. Ja, wir haben ein wenig, ähm... Schrott. Äh, also Ding. Eisenstücke, ähm... So. Das neue. Tun wir rein. Ähm... Mana-Frankenheim, lasse ich mal noch drin. Und... Wieso ist hier noch ein Stern? Und die Sterne bleiben wahrscheinlich, solange wir eine Quest haben. Von der... Gut. Also. Jo. Dankeschön fürs Schauen des zweiten Partes. Der dritte kommt sogleich. Und... Tschüssi! Meine herz. produced... By amis,